Udo, mir fällt ja auch nichts ein. Mir fällt nichts ein, Udo. Fällt dir was ein? Achso, Udo braucht ja heute nichts sagen. Udo ist heute der reine Statist. Udo will nichts mehr sagen, aber er will auch nicht mit dem Bleistift, oder doch? Soll er damit rumspielen? Na gut, gehen wir mit dem Bleistift wieder, da hat er ein Spielzeug. Udo, wie geht's dir, mein Freund? Gut. Zigarette, darf ich noch eine rauchen? Er sagt wirklich nichts. Udo, was ich mal fragen wollte jetzt, ja? Eine Frage zu viel. Eine Frage schon zu viel, ja. Wenn man ein Video hochlädt, ja, also man lädt jetzt ein Video hoch. Und stellt das rein. Fein, fein. Wer guckt das eigentlich dann an? Wer kriegt das zu sehen? Kriegt das eigentlich irgendwer zu sehen, außerhalb deiner Abonnenten, oder kann man das eigentlich vergessen? Kann man vergessen, ne? Ich kenne mich damit nicht aus. Sonst guckt das keiner, ne? Also YouTube zeigt das auch irgendwie gar nicht. Gibt gar keinen Grund, das zu zeigen, ne? Weil du uninteressant bist? Weil ich uninteressant bin. Also ich könnte selbst ein Video hochladen, wo ich ankündige, dass jetzt irgendwie eine berühmte Schauspielerin wird in dem Video nackt zu sehen sein. Das würde auch nichts bringen, ne? Inge Meiler zum Beispiel. Oder, weiß ich, die geheimen Affären von Angela Merkel aufdecken. Das würde vielleicht Leute interessieren, aber es kriegt keiner zu sehen. Ist das richtig? Keine Ahnung. Keiner sieht das. Keiner sieht das. Oder das wird jetzt heute auch gar nichts, ne? Das war jetzt auch nur mal so ein Spaß. Der Spaß zum Mittwoch. Das war das Wort zum Sonntag. Ja, oder wir machen wirklich mal so ein Video mal wieder, wo wir wirklich gar nichts sagen. Wenn wir uns nur angucken und schweigen. Also schweigen ist Gold, so nach dem Motto. Das ist ein Tag aus unserem Leben, sozusagen. Ein Tag aus unserem Leben. Ja, genau. Ein Tag aus unserem Leben. Der typische Tag verläuft ja so, dass wir eigentlich nichts sagen, ne? Oder? Also ich rede nicht viel, oder? Rede ich viel? Ich glaube, ich habe nicht viel zu reden. Gemessen an mein Ding schon. Du weißt nicht, wohin mit deinen Händen, ne? Ich sehe das schon. Ja, Udo, aber das geht so auch nicht. Es wird zu langweilig, ne? Irgendwas müssen wir schon sagen. Kannst du schon mal verabschieden? Das dauert ja auch mal eine Viertelstunde. Stimmt. Bei dir zumindest. Ja, was sagen wir? Ahoi, ne? Oder? Sagen wir was anderes. Das ist nicht gerade unsere kreative Phase. Nicht? Nicht. Na gut, dann lassen wir das jetzt. Vielleicht räuche ich die Zigarette noch auf. Können wir den Clip wenigstens irgendwie... Dann sorgt man ein bisschen schneller. Können wir sagen, Titel auf eine Zigarette hier, ne? Was ich noch zu sagen hätte, ne? Dauert eine Zigarette. Und dann das mal im Stehen. Was? Ein letztes Mal im Stehen? Ja, war doch so. Was mache ich im Stehen dann? Ein letztes Mal. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen. Könnte falsch ankommen. Mhm. Na gut, also ein Video, glaube ich, soll auch langweilig sein. Sonst ist es irgendwie... Also zu viel Spektakuläres. Die sollen nicht langweilig sein. Die sind langweilig. Ach, die sind... Ach so. Also wir versuchen eigentlich was Tolles zu machen. Trotzdem ist es langweilig. Ne. Was Tolles gibt es doch überall an jeder Ecke, ne? Würde ich mal sagen. Mhm. Ich mache die Kamera jetzt gleich aus. Hat keinen Sinn. Das ist auch echt jetzt nur dummes Zeug. Ich glaube, so ein Blödsinn habe ich irgendwie... Also dass mir irgendwie gar nichts einfällt. Dass mir die Worte komplett fehlen. Ich kenne dich gar nicht anders. Kennst du mich gar nicht anders? Nö. Er kennt mich gar nicht anders. Ich weiß es mal gar nicht, wo ich hingucken soll. Rechts oder links in die Kamera. Du guckst, glaube ich, dran vorbei. So ungefähr, ne? Hm. Hindurch. Hindurch. Komisch, der Zigarettenquals. Ich glaube, ich gerade sage, stört dich gar nicht. Alles klar, Freunde. Ich sage Ahoi. Macht's gut. Udo? Du auch? Ahoi? Udo winkt nur. Bis dann. Ciao. Udo noch einmal so angucken für Thumbnail. Mhm. Vielen Dank.